einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und wie ihr schon falls ihr es schon gesehen habt habe ich heute vormittag ein vorunboxing gemacht von verschiedenen legavo produkten ich muss mir jetzt nur erstmal den richtigen raussuchen vielleicht schwer und wie ich da angekündigt habe wollen wir jetzt auf dem abend habe ich gesagt muss mir meine kamera so ein bisschen rüber schieben dass ihr das schon besser sehen könnt wollen wir das unboxing dazu machen zum toxlink 4 zu 4 ich habe ja schon mal den 4 zu 2 unboxing gemacht hardware check und benutze ihn seitdem auch eigentlich jeden tag ein geiles gerät und jetzt pack erstmal wieder alles aus und dann gucken wir uns ganz genau an was da drin ist und danach kommt dann logischerweise hardware video und hardware check also wenn ihr es kauft ihr kriegt logischerweise den toxlink adapter der jetzt etwas größer als als der alte und auch eine etwas andere form hat ihr bekommt ein stromkabel dazu ihr bekommt die fernbedienung dazu ihr bekommt diese gumminippel dazu und eine anleitung bekommt ihr dazu die fernbedienung sieht jetzt ein wenig anders aus als vorher aber dazu kommen wir dann im hardware check würde ich sagen ist mal ein kurzes knackiges unboxing ja dann würde ich sagen sehen wir uns gleich ach quatsch im hardware check im hardware video sehen wir uns gleich im hardware video wo wir uns die ganze hardware alles mal etwas genauer angucken werden bis dahin verabschiede ich mich ahoi sagt euer odin ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020